Das Kapitol wurde gestürzt. Oh mein... Ja, Mann! Ey, ich hab dich auch noch gekriegt. Du hast dich meine gleichzeitig geprägt. Warte, kurz ne Frage. Also ist das... Warum haben diese Kapitolen gestimmt? Und was genau ist das Kapitol? Trump-Befühlworter haben das... Also, das ist das Regierungsgebäude. Hm. Oh. Das ist so, als wenn der Bundestag gestürmt wird. Oh. Von Trump-Befühlworter. Oh! Ja, bewaffnet dich. Das heißt Bürgerkrieg, ey. Es war da nicht anfangen als simples hier. Ich... Ich baller mit nur einer Waffe einfach rum. Und das ist als Thema, weil ich zu dämlich bin, mir andere Ideen auszudenken. Aber eben... Nein, 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 nein. Eigentlich hatte ich vor, so... nach der Schule in Amerika zu studieren. Nein. Ich glaube, ich überleg mir das lieber nochmal genauer. Mal sehen, ob Amerika bis dahin noch stehen wird. Ja. War kein Headshot, aber immerhin Sniper. Erik, du warst bei mir kurz in der Wand. Ey, du... Du hast bei mir kurz rumgepackt. Ja, ich glaube, Erik hat nie das Internet. Ich bin nicht der einzige schlechten Internet. Endlich. Naja... Naja, deins ist generell schlecht. Und das ist manchmal schlecht. Wo ist da? Wo ist da? Hi. Alter, ich würde da gucken, wo die schwere Munis bohrt. Aber gut. Ist auch nur so ein kleiner Tipp von mir. Alter. Es war ja auch irgendwie klar. Ich muss gegen den Dirtroilator. Ich muss üben mit der Waffe. Du musst dich mit der Waffe üben. Die Waffe üben mit dir. Ja. Okay, ich will nicht gesandwiched werden. Okay, lass ihn sandwichen. Nein, ich hab Malik nur angeschossen. Wollt ihr mich verarschen an dem Laden? Ey, meine Granate ist nicht ready. Scheiße. In meinem Keller liegt ne Leiche. Gute Nachladen. Gute Nachladen. Ja, in meinem Keller liegt. Ja, ich bin auch der Typ, der mit Jörtung gegen die Steine schiebt. Wie du vorstellt. Ey. Malik, du kannst bestimmt kommen. Siehst du? Ich hab grad Old gehabt. Was'n Scheiß, Lan. Ja, okay. Ja, Gesundheit. Ganzvielλα Erweilerha. Verschissen. Ja! Just Atting Me! Was?! Was?! Hä?! Mach das gemalt. Das wär mein AR- Das wär nichts... Ja! Ich bin mir herrn... Das war das Idol. Kette Kette die die Weitschel er hatte ich hasse es lang am besten kalt serviert ist das blinden schrift auf diesen auf dieser tafel jungen aber das ist ein bisschen drauf aus und kann es nicht entziffern und das konnte ich auch nicht entziffern nein wir einfach snipet ja was ein sniperbild oh ich habe verfehlt nein es war so klar meine happy money auch moni moni dann geh doch zu netto moni ok nein wie sagt die zielverfolgung aufgehört tja zielverfolge macht das die wasser track keine missgeburten oha ich hab verkackt aber ich hab's noch geschafft eigentlich wollte ich mal den ketchupen fühlt sich mal nice an auch so nicht legendären granaten nicht exotischen granatenwerfer zu haben was was war diese rolle kopie diese rolle kopie acht der kann mir richtig weit schweben fuck ja aha you'll never see the come man war das ja ja das wollte niemand wissen das stimmt ja ja mann ich wollte ihn raus leo tun einfach aus seiner scheiß ult aber ich versuch's mit dem skill trinken irgendetwas wo ich scheiße bin ja hast recht aber ich versuch's nur mit dem skill trinken irgendwas wo ich scheiße bin hm 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 Boah, du warst von hinten, Junge, wir battlen uns da und Malecum und war, na, traurig. Ich finde es gut. Ja. You're second. Good. Just as Zavala is second to me. Oh. Okay. Ah. Hä? Kommt und war eingefreased. Nein. Oh, das ist so sad. Hä? Ach, zick der Lerbler. Mein Gott. Nein. Ja, Abstauerson. Nein, nein. Weil deine Höhle genau dann umwacht und dich gerade eingefroppt hat. Wo ist er? Ah. Somewhere over the rainbow. Äh, du Bastard. Some... Lerbler. Das ist auch vor dem Sturm. Oh. Und dann kommt der von hinten. Der Jürgen Typ. Ey, du Abstauber, Waller. Ja, Waller, Abstauber, Waller. Ich bin kein Abstauber. Ich hab einfach meine Ult genutzt. Wie guter. Was auch mal daran gut sein soll, aber okay. Ach. Fick der Lerbler. Was denn? Oh, Mann. Neiron. Ja, ich wollte eh danach. Du machst wahrscheinlich auch danach aus, oder wie? Wie sehe ich das? Okay, darüber wollen ich jetzt nicht reden? Wollen ich jetzt nicht reden? Wollen? Ja, lass mich. Sonst wird das Spiel wieder ab 18 gescheitzt. Ich bette, da ist einfach diese Heavy Ammo und ich kann einfach hingehen, aber jemand nimmt es sich schon. Ja. Elsa ja Malik. So ein Bastard mit seiner Waffe, ich weiß nicht mal was das ist. Was? Was? Das heißt so scheiße, ich pack ihn jetzt. Was? Ja, ich wünsche ich hätte besser das Internet, dann könnte ich das auch streamen. Nein, ich wollte das doch auch. Ja. Ja, doch du Abstauber so. Ich bin mir leid, Junge. Ich würde aufpassen. Sonst wirst du weg, Raketenwerfer. Nee, der trifft mich doch eh nicht. Mich hat er mit dem Granatenwerfer getroffen, der Bastard. Dieses Video sollte eigentlich nicht mehr um hier Zerberus gehen, aber was ist mir einfach egal. Ich habe mich noch nie so powerful gefühlt. Ich bin first place. Das kann ich nicht zulassen. Ich raste aus, noch zwei Sekunden, das heißt der Typ gewinnt. Spinny boy. Oh nein. Wie einfach tanzt. Ich bin jetzt noch ein Faktor. Nein. Ja. Ich bin jetzt noch ein Faktor.